Yo Leute was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Meine Habe wieder scheiße. Dankeschön. Und zwar Leute, tut mir leid, wie lange habe ich keine Videos online gestellt. Eine, drei, zwei Wochen. Tut mir leid, aber mir ist was passiert. Wenn ihr sehen wollt, zeige ich euch jetzt. Ich habe meinen, sagen wir mal, meinen Bänder gerissen. Nein. Ich habe leider meinen Fuß gebrochen. Uh, uh. Freut mich, gell? Bravo. Ja, ich bin gerade bei mir zu Hause und so weiter. Ich wollte euch das mitteilen, dass ich halt so lange keine Videos mehr gedreht habe. Ich war gestern beim Arzt, habe es kontrolliert und ja. Donnerstags wird geräumt und ich hoffe, es wird nicht gebrochen sein, weil... Leute, dafür bitte ein Midlikes-Daumen, Midlikes-Abo oder so irgendwas. Keine Ahnung. Abonniert, weißt du, ihr wisst, stellt mir, stellt mir mal Fragen auf YouTube. Schreibt mal alle in die Kommentare, jetzt in dieses Video, wenn ich es online stelle. Ihr müsst es voll spammen und ich beantworte euch die Fragen, wie ist das passiert und so weiter. Wenn ihr wollt, wenn ich euch sag, wie es das passiert ist, dann lasst, da schreibt, ja, ich will wissen oder so, dann weiß ich, was ihr meint und so weiter. Und ja, das ist jetzt ein kurzes Video. Weiß nicht, wann ein Video kommt, aber mal schauen, vielleicht morgen. Ihr wisst Bescheid. Immer an meinen Kanal schauen, teilt es mit euren Freunden. Ich bin nicht abogeil, also nicht denken, ihr müsst nicht abonnieren, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es machen und Daumen nach oben geben. Heute kein Kameramann, muss ich heute selber machen, ja. Leider habe ich meinen Fuß sozusagen kaputt, aber egal. Scheiß mal da drauf, interessiert keinen. Nun, ja, das war's und ja, das war's. Einen Daumen nach oben, ein Like, in die Kommentare schreiben und abonnieren. Folgt alle, meine Freunde, werden alle jetzt hier eingeblendet. Ja. Warte, Leute, ich muss was machen. Okay, Leute, Spaß. Okay, das war's mit dem Video. Ciao. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.